hi ich bin's mal wieder die klara und heute mache ich auch natürlich wieder mal weiter mit mach dieses buch fertig heute habe ich die aufgabe deponiere hier klebriges zeug honig leiben klebstoff lutscher marshmallow nachdem ich wieder honig lutscher oder marshmallow da habe habe ich mir heute gedacht ich nehme ganz klassisch hier einen zuckerrübensirup da ich so wirklich nichts anderes da habe und den eh nie esse aber der aber ich habe hier noch ein werkzeug gefunden um das ganze irgendwie raus zu holen solch ein ergebnis aber immerhin kann ich damit verschmieren hier geht es gleich weiter ich glaube das lasse ich einfach da drin braucht ja dann eh keiner mehr und nachdem hier dort auch noch leim gestanden ist dachte ich mir ich nehme jetzt auch noch leim mit na ja passiert nicht recht viel aber mein werk ist soweit vollbracht es schaut auf jeden fall sehr sehr lecker aus und ja das war dann wohl die heutige aufgabe so ich hoffe es hat euch soweit gefallen wenn wirklich lasst mal eure sämtlichen gliedmassen da und wenn ihr mich nicht mehr verpassen wollt dürft ihr mich auch gerne abonnieren man sieht sich tschau